Hi, mein Name ist Kamal. Wir sitzen hier in der Raumfeld Softwareentwicklung und ich zeige euch heute eine Beta-Version unseres Google Cast for Audio Features. Wir rufen also hier im Beispiel eine App auf, die ihrerseits bereits Google Cast unterstützt, zum Beispiel dieser. An dieser Stelle wählen wir den Raumfeld Stereo M als Abspielgerät für den Deezer-Stream. So wie gerade hier gezeigt, wird Google Cast dann auch mit vielen vielen anderen Apps und über den Chrome Browser für Spiel-PC und Mac funktionieren. Bald habt auch ihr die Möglichkeit, bei einem Google Cast Beta-Test mitzumachen. Für weitere Infos folgt uns auf Facebook.